Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Viel Spaß und let's play. Wir haben jetzt eine bessere Waffe erhalten. Besser als die Waffe, die wir davor hatten. Jetzt haben wir es mit den Gegnern einfacher. Das ist klar. Ich glaube, wir sind jetzt gut ausgerüstet. Den Familienoberhaupt haben wir erstmal jetzt niedergestreckt. Die Mutter haben wir erst vorerst verscheucht. Lukas hat meine Freundin entführt. Das ist doch sehr schön, oder? Ich habe natürlich keinen Dietrich dabei. Ein Spaltmittel. Ja, wahrscheinlich dafür Dinge, die wir vielleicht wieder auseinander nehmen können, die wir gemischt haben. Oh, kein Platz. Brauche ich nicht. Die sind mir wichtiger. Ist das die Supermum gewesen, die Geräusche von sich gekümmert? Was ist das hier dunkel? Und da sind mir. Schrauben. Ah, das ist es für mich. Und da sind wir hier. Oh, nicht. Ja, ich bin nicht. Das ist scheiße. Das ist ja, ich bin nicht. Die Lager doch irgendwo. Oh Gott. Noch hat sich nicht gelohnt. Das hat sich eher gelohnt. Geh aus Kies und schmeiß mal dieses Spaltmittel weg. Der Mann von Teufel spricht. Mutter ist zurück. Die steht bestimmt nicht auf Feuer. Ja. Na, wo bist du denn? Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die ist ganz schön flink. Wo ist denn die? Nee. Hab ich die jetzt gekillt oder was? Nee. Da ist die Alte. Da ist die Alte. Da ist die Alte. Da ist die Alte. Oh Gott. Ah. Ah. Oh Gott. Ah. 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 Wo ist die? Na komm schon! Du hast doch keine Angst vor einem Mädchen, oder? Komm schon! Oh! Wann geht's? Okay. Das ist ganz schön zu ihr. Oh, Schwende! Ah, sie zerfällt voll allein. Jetzt haben wir die Mutter auch endlich erledigt. Jetzt bleibt nur noch der Sohn. Ich weiß nicht, ob ich noch etwas hier finde. Ich habe noch nicht komplett durchgesucht. Ich habe noch diesen Areal. Ich werde gerade fragen, wo ich lang muss. Die Frage hat sich von selbst gelöst. Ich habe noch nicht gelöst. die laterne wissen wir wo wir das hinpacken müssen oder hängen müssen das lege ich mal schon können wir gut gebrochen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal